In meiner Erinnerung ist Deutschland ein dunkler Ort. Ich weiß noch, dass es dort Schnee gibt und Jahreszeiten und dass meine Familie dort war. Ich weiß, es ist nicht das, was du dir erwartet hast. Es ist wunderschön. Aber hier können wir doch nicht leben. Ich halte sie nicht mehr aus. Wir müssen es aushalten. Ich kann das nicht. Du siehst doch, dass das nicht geht. Seit ihr hier seid, behandelst du mich wie einen Aussätzigen. Du hast dich aber auch so verändert. Ich darf hier nicht mehr weiter. Mama hat gesagt, du bist zum Rand. Ich hatte immer das Pech, mich an Frauen zu verlieben, die bereits vergeben waren. Er hörte kein Radio. Der Krieg ist ausgebrochen. Das ist ein Turki-Hapa. Manchmal glaube ich, dass Mama hier nicht glücklich werden kann. Kannst du mir helfen? Helfen! Hast du das auf einen Ausflug? Ja. Was ist? Warte das nicht mit mir. Manchmal glaube ich, ich will nie wieder weg aus Kenia. Jetzt sag doch endlich was weiter, bitte! Du weißt, wenn du das willst, kannst du bei mir bleiben. Alles, was ich auf dieser Welt liebe, liegt hier in diesem Bett. Nichts, ich will nicht vor. Jetzt haben Sie die Aufmerksamkeit. Wir können jetzt die Aufmerksamkeit. Wir können jetzt die Aufmerksamkeit machen. Wir können jetzt die Aufmerksamkeit errscht. Hier können Sie es aufmerksam. Untertitelung des ZDF, 2020